Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Kavins Tagebuch. Der Zug war mit der Baureihe 114, 703 der Bressenstalbahn gespannt. Der Sonderzug pendelte zwischen Nossen und Branderbestof. Es war auch ein Doppelstocktriebwagen zwischen Nossen und Ziegenhaien unterwegs. Daher, dass der Triebwagen einen Hitzeschaden hatte, konnte dieser Sonderzug nur am Samstag einmal pendeln. Ich hatte soELL mit der Staun, должен sein, dass das sauf des Staun und hoff standen. Mit der Zone gehört eine Ausbung über den Ziegenha Scotium. Außerdem sieht er wenn er jetzt imperium Nova hat schade und bevor es endlich Queen. Der Schluck super wird unteracon woah. Wir beobachten jetzt den Sonderzug am Klosterpark Altzeller. So, wir machen die Tür. Große Spieler am Bahnsteig, der am Zug fährt ab. Große Spieler am Bahnsteig, der am Bahnsteig ist. 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 Und lasst ein Like da, wenn euch das richtig gefallen hat. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin. Tschüss. 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 Tschüss.